In the morning Ich bin die verrückte Ente und wir sind zurück zu erneuten Let's Play Und das ist wirklich verrückt, dass es schon wieder ein Let's Play gibt Ja, so einfach ist das manchmal Ähm, ich hab euch ja von... Was ist denn mit den Hunden? Hä? Der Postbote verjagt meine ganzen Tiere Hä? Okay Was war denn da los? Wo kamen die denn alle her? Also Ich hab euch ja gestern erzählt von einer schönen Farm und dies und das Und dann möchte ich die heute euch auch nochmal zeigen Ne? Wollen wir einfach mal machen So, übrigens nochmal Weil das gerade so passend ist Es ist gerade so passend Oh nein Komm, wir machen mal ganz schnell Keine Sorge, diesmal zeige ich wirklich die Farm Shit Boah, nur ein Paket davon Ja, das reicht halt nicht, ne? Eins Zwei Oh, die hab ich auch nicht Und die hab ich auch nicht Was ist das denn für ein Schiff? Also das ist ja wohl Vollkatastrophenschiff Muss mal eben gucken Ähm Zack Oh, fünf Stück kann man davon erbeten Perfekt Perfekt Dann können wir nämlich hier umhelfen Und dann tue ich direkt mal welche davon anpflanzen Ah ja, jetzt hab ich es euch nicht gezeigt Aber doch, guckt mal Ein Klebeband Und kriege ich noch was Und noch ein Klebeband Zwei Klebebänder Innerhalb von Sekunden Sekunden So, und jetzt gucken wir mal hier rein Ich find's einfach Ah, krass Funktioniert jetzt Cool Ist jetzt da Ähm Also muss man erst mal warten Okay Ähm Hier Zwei Bretter Hä, nur 50 Wieso ist das jetzt so billig? Ist die ganze Zeit so billig? Na gut, komm Ich sag nix Ich sag nix Ich hab mich selber Ähm Gut Ja, komm Ich sag nix Ah ne Das war bei Oh, Entschuldigung Ich hab's einfach verwechselt Das war mit dem Tal Ich hab mich ja über das Tal aufgeregt Dass man im Tal so Ähm Probleme hat Quasi Das heißt Probleme Ne Also Man Muss hier echt Achso Man muss hier echt extrem viel machen Und wenn man dann im Shop Ein Brett holen will Was man dafür machen muss Ich hab gestern 100 Spritverbrauch Die eine Menge Sachen gegeben Und krieg dann ein Brett Für diese Punkte Die ich da oben hab Uuuuh Das ist Das ist nicht normal Das ist nicht normal Ne Also das ist wirklich So unverhältnismäßig Hier gemacht Das mit den Extrapunkten vom Schiff Haben die gut gemacht Ähm Oh Ich kann nochmal Da kann man gar nichts sagen Ist gut Ne Da will ich jetzt Äh Da Hab ich mich dann vertan Ich verwechselt Ich verwechselt Entschuldigung So Ähm Küken Äh Ding abgeholt Direkt Das nächste Küken Ding abholen Küken Dinger sind immer gut Haben wir jetzt Sieben Das heißt Wir könnten Wieder ein Tier Abholen Oh Moment Nix 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 Okay Vier mal nix Also nix nix Aber nix cooles Sagen wir mal so Zack 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 Und zack Okay Pakete sind noch nicht weggegeben Wir gehen jetzt mal in die Farm rein Und zwar ist das die Farm Vom Linus Der Linus ist Level 249 Und da sollte man auch wirklich Eine gute Farm haben Also wer so ein hohes Level hat Und keine schöne Farm hat Dem kann man auch nicht mehr helfen Guck mal Sehr schönes Design Von Also sehr Weihnacht Erzweihnachtlich hier Alter Schwede Jetzt müssen wir erstmal Äh Wirklich hier gucken Was hat er denn hier Einfach hier so einzelne Ja gut Ähm Jetzt müssen wir uns erstmal hier wirklich Hat er schon wieder was reingetan Tatsache Hä Hat er schon wieder Tut er jetzt hier einzelne Sachen rein Äh Ja Können wir warten mal Wir warten mal Mhm Mhm Bestechung wieder hier Ne Davon Äh Kriegt er auch keine bessere Bessere Bewertung Ne 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 Und Da auch noch was Sehr gut So Gucken wir uns mal an Also er hat Vorne die Bäume Seine Quasi seine Äh Ja Ähm Vorräte Ich weiß aber die überall Zu viele Bäume Oder halt nur hier Auf jeden Fall Eher Ungewöhnlich Ne Meistens Packt man die ganz rechts Oder so hin Aber was er gemacht hat Er hat Ähm Die hohen Bäume An den Rand Ich sag das immer wieder Ich sag das immer wieder Macht das so Ne Und ihr seht es Das sieht schön aus Jetzt stellt euch mal vor Ihr hättet die hohen Bäume Hier bei den Büschen Und die Büsche Da an dem Rand Würde katastrophal aussehen Aber so sieht es richtig gut aus Und Er hat die Bäume Aufgelockert Indem er Ich glaub das sind Elefantenbäume Die er dazwischen gemacht hat Ne Also Dekobäume Hat er dazwischen gepackt Das heißt auch wenn Die Bäume abgeerntet sind Hast du immer noch hohe Bäume da Die den Sichtschutz ergeben Das ist natürlich super schlau Ja es ist wirklich super schlau Ähm Müsste ich eigentlich auch So machen bei manchen Stellen Das ist wirklich sehr gut Sehr sehr gut So gucken wir mal weiter Auch hier hat er nicht Durchgehend gemacht Sondern immer so kleine Lücken gelassen Das ist auch gut Dann sieht man den Weg noch Und so Das sind so kleine Tipps Die man auf jeden Fall mitnehmen kann Da hat das Auto hinter die Tafel Ja jetzt hätte man noch So einen kleinen Weg raus Wisst ihr was ich meine So ein paar Bananenbäume weg Und dann da so einen Weg hin gemacht Bis zur Straße So dass man quasi einen Parkplatz da hat Und dann da hier Wirklich nur hier das Stück Äh rausfahren kann Das wäre dann auch cool gewesen Das wäre Äh Pfeifett ne Also da hätte man Wirklich Hier Einer der einzigst Logischen Ähm Plätze für diese komische Deko Also Deko ist ja wirklich Eigentlich komisch Aber vielleicht Die Passagiere Die einsteigen müssen Die müssen hier erstmal Ähm Fahrkarte Und dann müssen wir unterschreiben Tipp, 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 tipp Keine Ahnung Könnte man irgendwie sowas machen Ne Könnte man sagen Okay Da ist sowas Ähm Gucken wir weiter Jede Menge Olivenbäume. Und da auch wieder hohe Bäume. Er hat dazwischen die Öfen. Hätte ich jetzt nicht gemacht. Hätte die davor gesetzt und hinten wirklich alles zu. Aber das sieht auch sehr, sehr gut aus. Also wirklich. Und auch hier die Wege. Guckt mal. Das sage ich auch immer. Macht nicht immer denselben Weg. Das ist doof. Er hat wirklich außenrum einen Steinweg. Und hier zwischen Trampelfahrt. Sehr gut. Und auch dann noch mit die Hecke drum. Manche machen Hecke komplett ums ganze Gehege. Ist auch Quatsch. So nahezu perfekt. Nahezu perfekt. Also wirklich. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Dann hat er hier eine Lore. Die geht in die... Na? In die Mine rein. Auch sehr gut. Wenn ich daran denke, was der Greg gemacht hat. Auf seiner Farm totaler Müll. Also das hier. Das wäre eine Farm. Die wirklich repräsentativ für Hayday wäre. Hier kann man sehen, was ist möglich. Wie sieht es gut aus. Bei Greg. Teilweise einfach nur komfus. Also weiß ich nicht. Das muss einer gebastelt haben. Der gerade im Vollrausch war oder so. Ich weiß es nicht. Das ist auf jeden Fall sehr cool gemacht. Hier mit so einem Bahnsteig noch. Und immer die anderen Wege. Das finde ich sehr, sehr gut. Weihnachtsbäumchen. Also wirklich auch richtig Weihnachtsmotto bei ihm hier. Dann hier die Felder. Ey, das ist auch richtig gut gemacht. Klar, ein bisschen unpraktisch. Wenn man alles gleich pflanzen will. Wobei man kann weit genug rauszoomen eigentlich. Ähm, das ist echt gut. Das gefällt mir. Boah, das sollte ich mir abgucken. Das sollte ich mir abgucken. Guck mal, wie süß die, ähm, die, die Fliegenfänger, wollte ich sagen. Mensch, Vogelscheuche. Richtig toll. Die Scheune in der Mitte mit dem Wasserding und dem frisch geernteten Gemüse davor. Auch sehr, sehr, sehr gut, ne. Also wenn man es thematisch so ein bisschen macht, dass es zusammenpasst. Perfekt. Guck mal hier, das Häuschen kenne ich gar nicht, diesen Pavillon. Muss mal eben was gucken. Weil, ne, alles gut. Ähm, richtig thematisch passt das perfekt zusammen. Gut, den Pferdehof finde ich jetzt nicht so überkrass. Habe ich wirklich bessere schon gesehen. Also es ist wieder Meckern auf hohem Niveau. Ihr wisst schon, gibt es auch keinen Eingang. Müssen die da übers Feld gehen? Ich weiß es nicht. Aber trotzdem sehr gut. Also der Eingang wäre wahrscheinlich eigentlich hier, ne. Aber dann, gut. Dann hätte er das nirgendwo hingekriegt. Ähm. Trotzdem gut. Da die Fässer mit Stroh und Wasser. Die Esel hat er wahrscheinlich woanders. So, gucken wir mal. Das ist auch eine krasse Sache. Machen wenige. Äh, weil auch, ja, muss man ja auch die Kode für haben, um diese Wege zu kaufen. Dieses Zickzack. Kann man nur mit diesem Weg machen. Also mit diesem, mit diesem Art von Weg. Und das sieht richtig cool aus, ne. So, sieht gut aus. Sieht gut aus. Die Maschinen teilweise echt versteckt hier, ne. Guck mal weiter. Also hier gibt es wirklich viel zu viel zum Sehen, als dass ich hier was sagen könnte. Wasser. Man sieht nicht, wo es anfängt. Auch, sage ich immer. Macht einen Baum dahin, dass man den Anfang nicht sieht. Das ist immer gut. Weil sonst sieht es doof aus, wenn einfach so ein Fluss einfach so entsteht, ne. Und guck mal, der geht hier richtig schön durch die ganze Dings. Und am Ende, wupp, ist er auch wieder weg. Hinter Bäumen verschwunden. Ne, also so macht man das eigentlich. Das ist quasi das Einmaleins des, ähm, ja, des Brunnenbaus. Nicht Brunnen, sondern, na ihr wisst schon, ihr wisst schon. Der Baum ist krass. Bestimmt aus dem Zonenbaum. Also der sieht gut aus. Ein Zebrabaum. Keine Ahnung, ob der so heißt, aber könnte ich mir vorstellen. Ja, guck mal hier. Er hat die Eichhörnchen schon komplett ausgelevelt. Ich ja noch nicht. Wie das aussieht. Eine richtige Armee ist das. Richtige Eichhörnchen-Armee. Guck mal, er dekoriert auch mit einzelnen Feldern. Das wäre mir zu schwierig. Oder er benutzt es einfach nicht. Kann auch sein. Wenn er so viele Felder hat, dass er sagt, gut, da hinten lasse ich als Deko, benutze ich nicht. Guck mal, hier auch. Auch Felder, die er nicht benutzt. Das sind auch Felder. Also er hat richtig viele Felder. Dann kommen wir hier zu richtig Chaos. Aber halt Chaos, was Sinn ergibt. Also das ist schon so ein kleiner Wildwald mit Dekos dazwischen. Hier ist so ein kleiner Wander-Angelswerk. Keine Ahnung. Das passt ja alles. So ein richtiger kleiner... Warte, da ist doch irgendwas. Da! Das ist ein richtiger Outdoors-Werk. Da ist er mitten in der Wildnis. Seven vs. Wild spielt er hier. Guck mal, er hat auch diese Vögel gekauft. Würde ich auch machen. Ich würde mir auch die ganzen Dekos kaufen, hinstellen. Aber die Diamanten sind mir einfach zu schade. Die Verpartnerten, guck mal hier. Auch, ne? Die Dekos sehen schon geil aus. Muss ich wirklich sagen. Die Verpartnerten, die kriegen ja Geld und Diamanten ohne Ende. Jedes Mal, wenn ihr den Code eingibt von denen, sieht man ja, der eine hat... Der Robin hat, glaube ich, über 400 Millionen Münzen innerhalb von einem halben Jahr gemacht. Die anderen haben teilweise 18.000 Diamanten und sowas. Ich kann das nicht machen, weil ich habe einfach da zu wenig Bargeld für. Also, ich will einfach kein Bargeld reinpumpen. So, gucken wir mal weiter. Alter, der hat doch wirklich einfach fast alles an Weg hier schon frei, ne? Also, da fehlen einfach nur 1, 2, 3, 4 Felder. Einfach nur noch 4 Felder. Was macht der Junge, wenn er alles hat? Was macht der dann? Selbst die Großen, also selbst die Großen, haben nicht so viel frei. Da muss ich gleich mal gucken. Da muss ich wirklich gleich mal gucken. Daran merkt man, dass er ein richtiger Spieler ist, ne? Weil, boah, das ist so irre hier. Ich könnte auf alles eingehen, Leute, aber ich... Ja, was soll ich sagen? Das ist schon richtig cool. Guck mal, die Deko bei den Hasen. Das ist ja... Das passt ja wohl perfekt. Das ist ja richtig cool. Ja, hier auch dieses... Dieses Wilde, ne? Das kann nicht jeder. Also, ich kann das auch nicht so gut, dass man quasi so viel hinstellt und dass das Ende aber trotzdem gut aussieht. Das ist sehr, sehr schwer. Das ist wirklich sehr, sehr schwer. So, wir gucken uns jetzt nicht die Stadt auch noch von ihm an. Könnte man natürlich. Machen wir aber nicht. Ähm, ich will da lieber noch was anderes gucken. Stadt können wir gerne einen anderen mal bei ihm gucken. Wir gucken nämlich jetzt mal... Guck mal, wir haben jetzt hier das Höchste, was wir haben. 265. Wir gehen mal kurz rein, nur um zu zeigen. Okay, 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 krass. Auch eine richtige Spielerin. Aber, diese ganzen angeblichen... Oh, muss man eben hier... Das Schiff wegschicken. Bei diesen angeblichen Power-Spieler. Wo ich ja schon ganz oft gesagt habe... Äh? Ich weiß ja nicht, ne? Die Nudi zum Beispiel... Vielleicht vertue ich mich jetzt auch. Okay, ich vertue mich. Ja, mittlerweile auch. Aber die hatten sehr, sehr lange... Hatten die nicht. Ähm... Ja, sehr, sehr lange hatten die das nicht. YouTube-Ummylt hier. Krass. Ja, der hat es auch. Ja, gut. Haben die jetzt alle. Krass. Aber das hier, jetzt mal ehrlich. Welche Farm hättet ihr lieber? Ähm... Level 618 und dafür so hässlich hier? Oh... Ja... Ist einfach so, ne? Äh, oder... Äh, lieber Level 200 und... Und dafür die schöne Farm vom... Hier vom, äh... Linus. So ganz ehrlich. Lieber die Farm von Linus. Guck mal, aber der hat alles, ne? Der hat ja alles. Hat hier alles hingestellt. Diese ganzen komischen Dekos, die eigentlich keiner mehr braucht, weil... Einfach zu viel. Zu viel. Du kannst die gar nicht mehr alle hinstellen. Guck mal, der hat hier auch alle fertig gelevelt. Guck mal, mit dem Affen. Das ist ja cool. Wahnsinn. Tja. Irre. Er hat ja wirklich alle. Du liebes bisschen. Also wirklich. Krass. Er hat wirklich einfach alle. Ja. Braucht man's? Ne, eigentlich eigentlich nicht. Eigentlich braucht man das nicht. Was ist das denn da? So Sterneweg hab ich auch noch nicht gesehen. Ja, ne. Also, ne. Gefällt mir eigentlich nicht so. So. Aber wir sind Derby fertig. Ich hab, glaub ich, noch gut Punkte geholt. Moment mal. Ich muss mal irgendwas trinken. Hm. So. Was kriegen wir denn hier? Eine Deko. Ein Puzzle. Eine Deko. Ein Puzzle. Da brauchen wir auch nicht nochmal mischen. Das gefällt mir. Ne. Das behalte ich. Also da ist eigentlich nur bei zwei Feldern etwas nicht dabei, was ich nicht will. Und deswegen nehmen wir die Sachen. Alles gut. Ich mach beim Derby wieder mit. Also ich hab jetzt eigentlich auch ganz gut abgeliefert. Auch wenn wir jetzt zurückgefallen sind. Ist nicht so schlimm. Ich hab, glaub ich, ja acht Aufgaben gemacht. Haben wir jemanden dabei, der, oh, Bauernhof und Julius und Jakobshof. Ja, die haben vielleicht ein bisschen sehr wenig gemacht. Aber ich hab letzte Woche auch gar nichts gemacht, glaub ich. Aber Bauernhof müssten wir dann auf jeden Fall abmelden. Ähm. Ich werd auf jeden Fall nächste, also diese Woche dann wieder mitmachen. Auch wenn ich im Urlaub bin. Ich bin in der Türkei. Ähm. Werde ich übrigens auf einem meiner Kanäle, ich weiß noch nicht auf welchen, private Urlaubsvideos so klar. Also so für Mitglieder. Ähm. Hab ich gedacht. Ich mach manchmal so wenig für Mitglieder. Ähm. Da werd ich auf jeden Fall. Ich glaub auf meinem Spielekanal. Ich glaub da hab ich auch die meisten Mitglieder. Und da kommen auch am meisten Videos. Eigentlich würd ich am liebsten auch die Heyday Videos dort machen. Aber ihr wisst ja. Heyday ist gefährlich für mich. Deswegen. Ähm. Mache ich das nicht auf dem anderen Kanal. Jaja. Ich lebe für euch gefährlich. Ich sag's euch. Ich sag's euch. Wenn. Wenn ich wieder den Mund zu voll nehme, dann löschen die mich. So ist das, ne? Ähm. Gut. Ich hab auch wirklich ein, zwei geile Videoideen gehabt. Wo ich mich nicht traue, die zu machen. Oder zu zeigen. Weil ich ganz genau weiß, das wäre ein Grund, mich wieder zu löschen. Obwohl ich bei anderen Leuten, die verpartnert sind immer noch. Äh. Allein schon. Ähm. Heyday Gameplays, ne? Ich glaub die sind auch verpartnert mit, ähm. Mit Heyday. Äh. Die zeigen zum Beispiel immer noch, wie man am PC spielt. Mit Maus zeigen. Und die sagen, das ist verboten. Das ist verboten. Ich wurde für viel weniger rausgeschmissen. Also das ist halt wirklich, ne? So. Ich weiß nicht. Da hat's einfach einer auf mich abgesehen gehabt. Also noch nicht mal von Heyday, sondern von, ähm. Boombeacher damals. Es ist wirklich so albern. Ich find's auch super schade. Immer noch. Wahrscheinlich wär ich jetzt immer noch der, äh, ja. Mit Robin zusammen ein großer, ähm. Heyday YouTuber. Es ist einfach so wie es ist, ne? Ja. War auf jeden Fall eine schöne Zeit. Ähm. Ist jetzt nicht mehr. Äh. Jetzt kommt halt ab und zu nochmal was. Aber wie gesagt, immer mit ein bisschen Bauchweh. Immer ein bisschen Bauchweh hab ich da. Dass ich, ähm, gekickt werde, ne? Hab ich immer. Biss. Äh. Ein bisschen Bauchweh. Passt das da hin? Ey, cool. Passt da hin. Ähm. Stellen wir also da hin. Was haben wir noch? Guck mal. Wie dumm. Das zeigt das gar nicht an. Ich hab nochmal drauf getippt gehabt. Der zeigt ja nur eine Sache an. Wo sind denn die anderen Sachen? Das funktioniert auch noch nicht richtig. Na gut. Ähm. Ich bin auf jeden Fall jetzt erstmal raus. Wir sehen uns dann vielleicht, ähm, wenn ich im Hotel nochmal ein Let's Play aufnehme. Ich weiß es aber nicht. Weiß ich wirklich nicht, ne? Also, wenn ich Bock hab, dann mach ich einfach eins. Und wenn nicht, da kommt auch das Internet drauf an, ne? So, wenn das Internet natürlich schnell ist dort. Äh, da mach ich auf jeden Fall was. Ich mach auf jeden Fall Mitgliedervideos. Aber nicht für den Kanal. Ich glaub, hier hab ich noch nicht mal Mitglieder eingestellt. Sondern für den Kamikaze-Enten-Kanal. Ähm. Ja. Da werde ich so Mitgliedsvideos machen. So ein bisschen mein Hotelzimmer zeigen. Was wir essen. Dies und das. Vielleicht auch sogar einen Vlog. Später, den ich dann zu Hause so ein bisschen zusammenschneide oder so. Ich weiß es noch nicht. Ähm. Wie gesagt, da muss ich mal gucken. Guck mal, hier mach mal Brot. Brot. So. Ich bin raus. Hinterlasst gerne ein Däumchen nach oben. Ich wünsche euch alles Gute. Bis dann. Tschüss. 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 Vielen Dank.